Schau mal, ich bin Ash Ketchum von Alabastia, Mann! Lass Pokémon fangen! Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Ich spiel zusammen mit Chris Anna. Ist das gerade die Klingel gewesen? Ich glaube, das war meine Klingel. Echt? Hä? Es ist so laut, ey. Ist es bei dir auch so laut? Ja. WTF? Ich muss es unbedingt leise machen. Lass. Bist du raus? Ja. Creative Destructions. Fortnite-Fake des Todes. Oh mein Gott, ey. WTF? Oh, Fallschirm geht, glaube ich, von selber auf. Lande ich überhaupt nicht richtig? Ich weiß nicht genau. Ja, geht so. Oh mein Gott, das fühlt sich... Alter, was habe ich für einen Gleiter? Hast du auch so ein Sitzmobil? Ja, Mann. Ist es bei dir auch so laggy? Alter, die Grafik ist so hässlich, ey. Okay. Ja, man kann hier auf jeden Fall Sachen abbauen. Ich sehe zwar noch nicht meine Mats. Und meine... Ah ja, okay. Zerstöre. Das ist quasi wie die Schnitzhacke. Ja, ja. Das ist die Picke. Man kann hier auch bauen. Ich habe so ein bisschen meine Steuerung schon eingestellt. Wie sammelt man Materials und wo sieht man die? Ah, du musst... Es gibt nur eine Art von Material, oder? Wo ist die überhaupt? Wo sieht man die? Ah, da oben links. Ah, okay. Diese Löcke, die du hast. Ja, ja. Du musst einfach einen Linksklick auf die Zäune und so machen. Aber... Vielleicht gibt es einen Bären gefunden. Was macht der Bär? Ich brauche eine Waffe. Meinst du, hier gibt es auch in Dächern Waffen wie in Fortnite, oder? Bestimmt. Also... Hast du schon eine Waffe? Ja, ich habe so eine Pistole gefunden gerade. Ich habe halt noch gar nichts. Oh, Bandagen. Ich brauche unbedingt eine neue Waffe. Schreibt auf jeden Fall mir in die Kommentare, ob euch solche Games gefallen. Ob wir mehr solche Games ausprobieren sollen. Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ah, da ist so ein Bär. Hast du auch die Bären gefunden? Oh, nice. Wie sind die Items? Ich habe eine Pump gefunden. Ich weiß halt nicht, wie ich in mein Inventar komme. Bäm, ich habe eine Scar gefunden, Alter. Wir sind OP. Wir haben gewonnen. Ich habe eine epische Scar. Alter. Kannst du kurz gucken? Ah, hier, Backpack. Ja, nice. Nein! Oh mein Gott, nein! Ich habe auf Standard zurückgesetzt alles. Nein! 91 übrig noch? Holy Shit. Wir können 20 Bomben droppen, Alter. Hier ist ein Dingster. Willst du dir was nehmen dafür? Ah, nice. Ich habe schon eine Shotgun. Ich will das Ding hier nehmen. Oh Gott, man kann halt nicht durch sein Inventar scrollen, ist das Problem. Alter, man kann einfach in-game das Outfit switchen. Guck mal hier. Oh, da sind Gegner. Da sind Gegner in Richtung... Wo? Ja, ich sehe ihn. Ihr habt doch gewusst, da schießt jemand. Hab Hits. Hab Hits. Hits, Hits, Hits. Easy. Habe ich den Kill? Nein, du hast den Kill. Nein, du hast den Kill. Wirklich? Ich glaube, ich habe ihn nur niedergestreckt. Ja, du musst halt hin. Ja, let's push, Alter. Ich habe eine Pump. Oh ja, da kriecht er wie so eine Made. Let's go! Nein, du Madensohn! Das ist so geil. Oh, der Arme. Boah, ich bin ja nicht auf Fortnite, Alter. Ich auch mit Fortnite. Wir sind ja noch zum Wink. Tschüss. Ciao, wir sehen uns. Boah, Sniper? Nimm du die Sniper. Ich habe auch schon eine. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich meine Sachen drauflegen soll. Das ist halt eins, zwei und sechs. Egal, das geht schon. Ja, ich habe völlig die komischen Tasten. Ich frage mich, wie das mit der Munition ist. Warte, wir können ja mal testen mit dem Bauen. Äh, F4. F4. Warte, schau. Ich zeig dir, wie Pro-Building ausschaut. Hä? Ich kann nichts mehr. Schau dir das an. Ha! Alter, hey, what the fuck. Ich bin Profi. Alter, was habe ich für Rams gebaut? One by one. Oh mein Gott. Ich habe nicht meine Fortnite-Settings. Das ist das Problem. Ich habe meine Fortnite-Settings. Ha! Schau dir mein One by One an, Chris. Ich glaube, die Leute sind hier richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Leute, wenn ihr es feiert, lasst auf jeden Fall bei uns mal einen Daumen nach oben da. Oh, ey, so ein geiles Game. Okay, erstmal alles davon. Und wenn ihr noch geilere, andere Games kennt, die wir uns mal anschauen sollen. Einmal in die Kommentare damit, ey. Oh mein Gott, die Quali ist halt so hässlich. Ich feiere es aber trotzdem irgendwie. Ich feiere es auch mega. Oh, oh, Schüsse. Von? Ja, du hast ihn gesehen, oder? Oh Gott, ich wurde betroffen. Ich snipe ihn. Boom! Sniper-Legende, Alter! Let's go! Headshot! Der andere Gegner ist 60. Am Berg. Wo ist ich mein Leben? Wo ist ich mein Leben? Oh, er hat einen Hit. Am Berg? Oben? Oh, zum Doppel-Hit. Scheiße, der war genau an der Ecke, 60. Da, er steht noch da. Ah, ich sehe ihn. Let's go! Sniper-Legende, Headshot, Alter! Was geht? Wo sieht man sein Leben? Keine Ahnung. Oben links? Oben links ist dein Leben. Ah, da drüben. Oh, er hat einen Snipe kassiert? Snipe ihn, snipe ihn. Ja, ich gehe ums. Hinter dem Baum, 3,30. Hat noch einen Snipe-Hit? Oh, der ist Low. Kasse. Hab ihn. Ich glaube, ich hab ihn. Ja, ja, du hast ihn daunt. Gibt's so was wie Schild eigentlich? Ich grab mir da oben kurz die Kiste, okay? Du machst das schon, Chris. Ja, ja. Ich glaube nicht. Uuff. Achso, grün. Keine Ahnung, was das ist. Was ist dieses Grüne da? Ne Pistole, oder? Nein, das ist Lila, ne meine ich hier. Ich glaube, das ist ein Skin, oder? Magische Kiste. Lager 10. Okay, ja, ich scheiß drauf. Ich kann Tap und so nicht drücken, weil auf Tap hab ich hier meine Ram runter, weißt du? So. Ich bin Building Master. Du kannst jetzt so krass bauen in dem Game, ich kann gar nicht bauen. Da, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Oh ja, ich seh's. Richtung. Da drüben. Oh mein Gott, Scope doch rein! Was macht der? Was macht der? Der ist richtig scheiße, Alter. Ich hab ihn getroffen. Ich benutze mal meine Scar. Sex? Okay. Was ist das? Oh, er hat mich gehittet. Schieß einfach kaputt, Alter. Spray ihn tot. Wie geil war das? Hat noch einen Hit? Ich hab einen 26er Hit gerade noch gegeben. Noch ein 18er? Ich snipe ihn, ich snipe ihn. Let's go! Oh mein Gott, ich hab ihn schon wieder gesniped. Alter. Wie viele Kills haben wir? Ich hab zwei. Du? Ich hab fünf schon, holy shit. What the fuck? Ich muss dir auch mal Kills lassen, ey. Ja, ich hab ihn halt auch gut getroffen, aber ist egal. Erstmal Kills. Ich würde halt gerne bauen können. Ich baue für uns. Du musst es einfach umstellen. Oh mein Gott, ich bin Pro-Builder, Alter. Ich frag mich halt, weißt du, Fortnite ist kostenlos. Das ist auch kostenlos. Ja, aber warum spielt man dann lieber dieses Spiel als Fortnite? Ich weiß nicht. Du hast so die Wahl, so. Fortnite, mega geiles Game, voll balanced alles. Und dann spielst du das hier. Naja, wahrscheinlich kannst du halt Leute zerstören, I don't know. Ja, aber die sind halt echt alle ziemlich kacke. Oder die Leute, die zu schlecht für Fortnite sind. Die spielen dieses Spiel hier. Um dann auch mal Leute zu töten, weißt du? Ja. Oh mein Gott. Longshot, Longshot. Richtung 2,20. 2,10. Steht einer auf dem Field. Und einer rechts am Baum. Ich weiß halt nicht genau, ob es Bullet Drop gibt hier in dem Spiel. Meinst du, es gibt Bullet Drop? Uh, ich seh einen. Du musst reloaden. Oh, er ist tot. Das sind mehrere. Oh, einer ist beim Bauen. Oh, sie haben sich gekillt. Ey, lass uns die Kills. Haben die sich gegenseitig gekillt? Ich glaube, wenn du keinen gekillt hast. Ne, ne. Aber dann müsste ja noch einer leben. Oh, ich seh einen offen. Ich komm auch. Tod ist die Chris. Ich hab ihn down. Come on, Kling. Oh, da ist noch einer. Ich will mal die Shotgun testen eigentlich, ey. Oh mein Gott. Das Spiel ist... Oh, es war nicht einfach. Oh, da. Ich seh noch. Oh mein Gott. Du bist eine... Ich wurde genockt. Nein. Ich komm. Alter, wenn ich... Hat er dich genockt? Ja, ich glaube. Er hat mir, glaube ich, ein Snipe-Hit gegeben. Ich hab ihm einen Hit gedrückt. Er hat ein Bounce-Pit. Ist er gebounced? Er hat sowas wie ein Launch-Pit gestellt. Oh mein Gott. Ich wurde zerstört. Er hat uns... Er hat unsere Ehre genommen. Des Todes. Aber ich hab ihn halt... Ah nein, das war jemand anderes. Oh mein Gott. Das ist ein Pro-Gamer gewesen, Chris. ESL-Pro-Gamer in Creative Destruction. Oh, okay. Richtige Pros. Ja, Mann. Okay, wo willst du landen, Chris? Wollen wir hier gleich einfach? Let's go. Der Marker hört sich einfach genauso an wie... Ja. Ding-Gang, Chris. Du hast Besuch. Scheiße, ey. Ich kann... Allein deswegen konnte ich dieses Spiel nicht mehr spielen. Erstmal Mads farmen hier. Oh, ich hab... Ich hab, glaube ich, Schild bekommen. Ja, Mann, ich hab Schild bekommen. Let's do it, boys. Nice. Oh, AK. Ich hab ne AK bekommen. Ich hab nen Bounce-Bad. Nice one. Ich hab den Bogen gefunden in-Game. Echt? Oh, jemand schießt auf mich? Oh! Sniper-Meister, Alter. Ich hab... Hab ich ihn gefinished? Ich hab ihm Header gedrückt. Wahrscheinlich hast du ihn gefinished. Ich hab ihm... 373 Damage per Bogen gemacht. Mit einem Schuss. 300. Ich hab 225 mit Headshot gegeben. Hä, was ist das? Oh mein Gott! Seine Skins? Ja, man kann die Skins irgendwie aufsammeln. Schau mal, ich bin Ash Ketchum von Alabastia, Mann! Lass Pokemon fangen! Schau mal, ich hab was für dich. For you. Oh, der Geld. Lass die Gegner suchen. Lass 20 Bomben droppen, Mann! Es sind noch so viele am Leben. Easy. Close range! Und zerstören! Ja! Das war die erste... Das war Platz 1! Tschüss! Das war die... Pro-Gamerin! Da hast du ein Gegner. Wo? Richtung... Beim Building. Genau. Okay, der hat Bulletproof. Ich seh ihn. Oh, ich hab ihn gehittet. Noch ein Hit. Der ist low. Let's go! Sniper-Pro, Alter! Das macht mir nichts. Ich weiß es nicht. Der steht einfach da und denkt sich, jo, ich bleib mal hier stehen. Wird man langsam am Wasser? Ja, leicht. Okay. Ich muss dir vorstellen, das sind halt echte Menschen, weißt du, die da wirklich gerade an ihrem PC sitzen. Wie schlecht muss man denn sein in dem Spiel? Ich würd sagen, wir gehen am Rand der Zone. Das hat bei dir geklingelt übrigens. Ja, das hat geklingelt. Ich wirklich... Und laufen am Rand der Zone so nach unten, so Richtung geheime Quellen, okay? Okay. Oh mein Gott. Aber die sind geheim, ne? Secret Springs, weißt du? Das heißt wahrscheinlich im Englischen dann wirklich Secret Springs, so. Oh, Airdrop! Uh, was ist da drin? Let's go! Raketenwerfer. Uff! Uff! Was ist ein Raketenwerfer? Ich hab keine Ahnung, was das Ding ist. Minigun! Alter, das ist einfach eine Minigun. Oh, von hinten. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Hab ihn fast down? Ich spray mit drauf. Nice one. Sehr schön. Gut gemacht, Chris. Was? Ich hab einfach eine Minigun, Alter. Boom, ey. Das war die Strafe dafür, dass du Fix töten wurdest. Ja, was fällt dir ein? Schieß mich nicht ab, Junge. Was ist ein alter... Was ist das Fix? Wo bist du denn? Guck mal, was ich gefunden hab. Oh mein Gott. Was ist das für eine Waffe, Mann? Oh, da ist ein Gegner in Richtung... Oh, vor uns. Einer schießt auf mich. 99er Hit. Ich teste Minigun, Alter. Oh mein Gott. Let's go! 1 Damage! 30 Damage! Wieso kann ich die Waffe nicht verwenden? 33 Damage! Oh, let's go! Ich hab ihn. Oh, da ist noch ein Gegner hinter uns? Brauchst du vielleicht irgendwas für die Waffe? Ne, okay. Aber ich hab... Wieso wird immer jedes Mal die falsche Waffe ausgesucht? Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Bullet Drop hat. Ah, ich weiß. Ich weiß, woran's liegt. Okay. Ich bin irgendwie in so... Ich kann nix mehr bauen. Ich hab keine Metz. Oh mein Gott. Pass auf. Der hat nen... Nade Launcher. Ich kann nicht mehr zielen. Ich hab ihn Snipe gedrückt. Zerstören! Oh mein Gott. Ich werd von der Seite abgeschossen. Oh mein Gott. Ich bin knocked. Shit. Ich wurde von Norden noch abgeschossen. Ich hab ihn down. Aber nein. Er killt uns beide. Alter. Scheiße. Oh, aber richtig geiler Spiel, ey. Leute. Ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall nen Daumen nach oben da. Und falls ihr mehr von dem Game sehen wollt, dann schreibt's auf jeden Fall mal in die Kommentare und dann schatten wir nochmal ne Runde. Dankeschön. Bis Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 ola. Bis zum nächsten Mal.